Moin Leute! Handys, Autos, Taschenlampen und jeder mögliche Scheiß bis hin zum alten Gameboy läuft mit Batterien. Damit meine ich jetzt nicht nur die Einwegbatterien, die in Weckern oder in der Fernbedienung drin sind, sondern auch die Akkus von Handys oder Autos. Also einfach kleine Energiespeicher. Wie die Batterien Energie liefern und was so eine Batterie überhaupt ist, schauen wir uns jetzt an. Jetzt müssen wir mal den Begriff von Batterien richtig unterscheiden. Batterien sind nämlich eigentlich nur Primärzellen, also Energielieferanten, die nicht wieder aufgeladen werden können. Akkus dagegen sind Sekundärelemente und die können wieder aufgeladen werden. Ist auch ziemlich wichtig. Stellt euch mal vor, ihr braucht immer, wenn euer Handy leer ist, eine neue Batterie. Da müsste man sich die Dinger ja am 100er Vorratspack bestellen. Allgemein wandeln aber beide, also Batterien und Akkus, die chemische Energie in elektrische um. Ihr kennt ja vermutlich alle irgendwelche Batteriegrößen, wobei eigentlich die Leistung der einzelnen Batterien und die Kapazität wichtigere Begriffe sind. Also mit Leistung ist gemeint, wie viel Energie ich pro Zeit zur Verfügung habe. Und mit der Kapazität einer Batterie ist die Menge an Energie gemeint, die gespeichert ist. Kommen wir aber nun zur Funktionsweise. Irgendwie muss ja aus den chemischen Stoffen elektrische Energie entstehen. Um das zu raffen, brauchen wir erstmal den Aufbau von einem galvanischen Element. Wenn man so will, dem Vorläufer aller Batterien. Dafür nennt man ein unedles Metall wie Zink und ein edles Metall wie Kupfer. Die Metalle werden in je ein Becherglas mit dem jeweiligen Ion gestellt. Also das Zinkblech steht in Zink-Sulfat-Lösung und das Kupferblech in Kupfer-Sulfat-Lösung. Damit da auch wirklich Strom fließt, brauchen wir einen Leiter. Also nicht eine Leiter, sondern einfach ein Kabel von einem zum anderen Blech. Und damit wir sehen, dass es auch wirklich geht, wäre eine Lampe oder sowas noch ganz praktisch. Außerdem brauchen wir jetzt noch eine Salzbrücke vom einen ins andere Gefäß. Jetzt geht das unedle Metall in Lösung. Denn das kann seine Elektronen nicht besonders gut festhalten. Deshalb ist es auch unedel. Heißt so viel wie, Zink wird zu Zink-2-plus-Ionen, die dann in der Lösung herumschwimmen und zu zwei Elektronen. Die wandern jetzt durch den Leiter, bringen die Lampe dazu zu leuchten und sammeln sich am Kupfer. Über das Blech kommen die Elektronen mit den Kupfer-Ionen in Berührung. Zusammen reagieren die Stoffe dann zu elementarem Kupfer. Denn Kupfer nimmt alle Elektronen, die es kriegen kann, weil es edel ist und Elektronen daher gut festhalten kann. Welche Metalle wie edel sind und daher wie schnell in Lösung gehen oder auch nicht, kann man übrigens an der elektrochemischen Spannungsreihe ablesen. Das könnte man selber googeln. Also auf der einen Seite löst sich die Zink-Elektrode langsam auf, während an der anderen Seite die Kupfer-Elektrode dicker wird. Das geht dann fast so lange, bis die Kupfer-Ionen verbraucht sind oder die Zink-Elektrode aufgelöst ist. Wichtig ist aber auch die Salzbrücke. Ohne die würden wir ja links ständig mehr positive Ladung haben als rechts. Und irgendwann hätten die Elektronen dann keinen Bock mehr rüber zu gehen, wenn da alles schon so negativ ist. Durch die Salzbrücke kann aber die Ladungstrennung verhindert werden. Und nach dem Prinzip funktionieren die meisten Batterien heute noch. Nur die Salzbrücke wird meist durch eine Membran ersetzt, durch die die Ionen wandern können. Allgemein schon gut zu wissen, woher der Strom kommt, ohne den wir nicht Angry Bird oder Quiz Duell zocken könnten. Was ist eigentlich eure Lieblings-App auf dem Handy? Postet mal in die Comments. Und ich will jetzt keine Schleimer hören mit YouTube, damit ich euch sehen kann. Wobei, doch, genau das will ich hören. Anstatt chemische in elektrische Energie umzuwahlen, kann man die auch in thermische Energie umwandeln. Wozu man das brauchen kann, seht ihr hier. Also bis zum nächsten Mal und ciao.